Das ist halt einfach das Ding. Und dann hat er halt angefangen zu erzählen. Und ich habe erst ganz am Ende gecheckt, dass er mich von Social Media kennt. Und er hat diese Uber-Fahrt einfach als Date genutzt. Also es war richtig unangenehm. Er saß dann so drin und er war dann so, ja. Und dann erzählt er so, ja, ich bin auch Türke. Aber der wusste halt schon so voll viele Sachen von mir. Was halt super creepy war, weißt du, wie ich meine? Ja, wenn ich auf Augenhöhe ist das, ist halt so. Genau, er sagt, ja, ich bin auch Türke. Und ich bin so vier Jahre alt. Und dann hat er so angefangen, über so sein Business zu reden. Und er war so, ja, und ich habe noch 20 weitere Leute, die Uber fahren und so für mich. Und weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott. Und dann hat er so angefangen, so richtig zu flexen. Und er war dann so, ja, und ich habe das und das studiert. Und er hat so, keine Ahnung, diese Fahrt hat eine halbe Stunde gedauert. Und ich glaube, er hat 25 Minuten davon geredet, wie toll er ist. Und die restlichen fünf Minuten hat er mich irgendwelche Sachen gefragt. Und er war dann so, ja. Aber eine Frage davon, hast du einen Freund? Ich glaube, er wusste, dass ich keinen Freund habe. Weil wenn er mich von Social Media kannte, dann wusste er das, ja. Okay. Und er hat mir dann halt auch am Ende gesagt, dass er mich kannte. Also ich wusste das nur am Anfang halt nicht. Und es war so unangenehm, weil ich die ganze Zeit so, ja, okay, so cool. Und die Person erzählt ja einfach die ganze Zeit nur so Sachen über sich. Und dann hat er mich am Ende so gefragt, so, ja, also wenn du wieder in Berlin bist und so, oder wenn du einen freien Tag hast, dann können wir ja gern was machen und so. Oh, es war so, es ist so unangenehm. Und dann hat er mich nach meiner Nummer gefragt. In diesem, aber Uber, weißt du? Ja, ja, cool. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Genau das ist das Problem. Würde er das jetzt in einem Café machen, dann wäre das ja wirklich einfach sogar, dann hätte er einfach dann schnell gehen, also aufhören sollen, wenn du halt so zeigst, so, nee, du hast kein Interesse daran auch so. Ich kann ja auch sagen dann so, hey, sorry und bla, bla, bla. Aber wie cringe ist die, also er hat das ja auch erst am Ende gemacht. Er hat ja ganz am Ende dann, bevor ich ausgestiegen bin, hat er ja dann diese, so die letzten zwei, drei Minuten, bevor wir dann da waren, hat er ja dann erst gesagt, ja, kann ich denn nun mal und wir könnten ja mal was machen und so und ich zeig dir Berlin und bla, bla, bla. Aber davor war schon so, die ganze Zeit, keine Ahnung, war schon einfach komisch. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, ja, und du hast auch als Mädchen Angst, wenn du halt in einem Taxi oder sowas bist und dann kommt sowas und du willst natürlich auch nicht mega, mega gemein oder so sagen so, hey, nein, ich hab keinen Bock auf dich, weil dann, wer weiß, was dann passiert. Eben, genau das ist ja das. Eben, du kannst nicht fliehen, du bist auf ihn angewiesen, du bist sitzen in seinem Auto und das ist ja auch Nummer eins der Situation, der Ausreden mit, nee, ich hab einen Freund, weißt du. True. Weil du ihn nicht verletzen möchtest, von wegen, du bist nicht mein Typ. Ja. Sondern du lässt dir einen Freund aus, oder denkst dir einen aus, dass er einfach denkt, dieses, ah ja, okay, es liegt nicht an mir. Ja. Aber das glauben dir mittlerweile Typen auch nicht. Also wenn du draußen bist und sagst, hey, ich hab einen Freund, es glaubt dir niemand und dann gibt's auch noch solche Leute, die dann sagen so, ja, äh. Aber ich bin krasser als er. Nein, 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 mehr so, ja, Beweis mal. So, was hab ich dir zu beweisen? Oh mein Gott. Weißt du? Ja, ja. Also das ist einfach so krass und das zieht einfach nicht mehr, egal, ob du einen Freund hast oder nicht. Das ist auch so sad. Das ist halt maximal respektlos, oder? Ja. Weil wenn du sagst, du hast einen Freund, dann, either way, hab ich einen. Oder zweitens die Möglichkeit ist, ich hab einfach keinen Bock auf dich. Genau. Genau. So, warum chillt der dann da immer noch im wilden Beweis von mir?